Moin meine Freunde, ich grüße euch zum Video. Schaut es euch mal an, hier ein interessanter Spiegelartikel, Zitat Hohe Preise für Benzin und Diesel. Kartellamt hat erste Hinweise auf Mitnahmeeffekte, auch ein geiler Begriff, der Mineralölkonzerne. Die Ölmultis stehen in der Kritik, von den hohen Spritpreisen zu profitieren. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Bislang fehlte es an Belegen für diesen Verdacht, doch nun will das Bundeskartellamt fündig geworden sein. Ja, ich würde mich mal darüber wirklich freuen, wenn es eine Institution in Deutschland geben würde, die darüber berichtet und auch kritisiert und genauso dann auch Maßnahmen ergreift gegen Steuerverschwendung von Politikern, von Behörden und Missmanagement in der Politik, so zum Beispiel eine Politikerhaftung, die wir meiner Meinung nach benötigen. Das wäre mal sinnvoll, aber da diejenigen, die die Sachen meistens verbocken, auch diejenigen sind, die über so etwas entscheiden, ob es so eine Institution überhaupt geben würde, wird es die nie geben. Da müssen wir uns im Klaren sein. Nichtsdestotrotz hier darauf einzugehen, Leute, ist das eine Überraschung jetzt für euch? Also wisst ihr, es ist doch so, wir haben zahlreiche große Konzerne und ich bin absoluter Kapitalist, keine Frage. Der Markt reguliert sich immer selbst, dieses alte Sprichwort, ich mag das, ich finde das auch sinnvoll, absolut, aber wie kann es denn sein, dass jetzt die Mineralölkonzerne hier als permanent böse dargestellt werden, wo der Staat es nicht vermag zu schaffen, den Tankrabatt für uns zu gewährleisten, indem er die Firmen nämlich hier gesetzlich in die Pflicht nimmt. Das ist doch irrational, das ist doch ein absoluter Widerspruch. Und genauso versucht sich der Staat doch auch absolut mit einem Tankrabatt reinzuwaschen, so nach dem Motto, ja wir haben das ja versucht, aber die bösen, bösen Multis, so komme ich mir mittlerweile vor. Aber überleg doch mal, wie viel Steuer sind denn auf dem Schritt? Mineralölsteuer, CO2-Steuer, Ökosteuer, Mehrwertsteuer, etc. pp. 50% oder mehr. Das kann doch nicht wahr sein, dass dann die Öl-Multis, okay, bestimmt pro Liter haben sie sich ein paar Cent eingekirbt und nicht weitergegeben an uns, keine Frage, das glaube ich auch. Doch, aber das ist doch nicht die Masse, wo wir abgezockt werden. Und wir werden doch seit Jahren bereits abgezockt von eben unserem Staat, muss man doch leider wirklich so sagen, wenn die Spritpreise so hoch sind, wie sie eben sind. Denn wenn man sich den Ölpreis der letzten Zeit halt einfach anguckt, ja, der ist gefallen. Und ja, das kommt an der Tankstelle gerade so ein bisschen auch an. Aber der Tankrabatt, da er nicht gesetzlich verpflichtend war für die Firmen, kam er nämlich nicht an. Das haben wir in den ersten Zeiten gesehen. Und als dann nämlich die Spritpreise gefallen sind, lag das ebenfalls an gefallenen Ölpreis. Und da kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie das in gutem Wissen und Gewissen machen. Das war doch nur absehbar. Aber wir gucken in den Artikel gerne mal hier so ein bisschen rein. Gewaltige Gewinne, die BP, Shell oder Exxon in ihren Quartalsberichten derzeit veröffentlichen. Gelten vielen als ein Indiz. Besonders heikel ist der Vorwurf, weil der Staat derzeit Benzin und Diesel subventioniert mit Abschlägen von bis zu 30 Cent je Liter auf die Energiesteuer. Und ich finde dieses Wort Subventionen so unangemessen, so unangebracht, besonders in diesem Zusammenhang. Denn man muss sich doch, also realistisch ist es doch, dass der Staat hier weniger wegnimmt. Das ist doch die richtige Bezeichnung. Oder sehe ich das falsch? Von Subventionen kann doch nicht die Rede sein. Wisst ihr, Lerum Larum, das ist eine Frechheit, so was Subvention zu nennen. Wenn ich etwas... Ach, komm, hör mal damit auf, das ist Quatsch. Also, jetzt hier weiterum. Das Bundeskartellamt will sich dazu noch nicht konkret äußern. Eine fundierte oder gar abschließende Bewertung zur Weitergabe der Energiesteuersenkung an die Endverbraucher und... Endverbraucher ist aufgrund, sorry, wenn ich dann hier kaputt gegendert habe. Aber, Mann, des begrenzten, zur Verfügung stehenden Beobachtungszeitrauts noch nicht möglich. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob und was da rauskommt. Da muss man hier ganz klar nochmal die Linkspartei, also die Linke, erwähnen, die nämlich hier eine gute Anfrage gemacht hat, warum so was jetzt erstmal überhaupt rauskommt und in die Diskussion kommt. Es ist einfach schier unfassbar, wie wir hier abgezockt werden. Aber schreibt eure Meinung mal unten rein, kommt was raus, ja oder nein?